Wie greife ich am besten an? Ich stelle bei meinen Schülern fest, dass sie gar nicht wissen, wie sie angreifen sollen. Hallo, ich bin Grossmeister Martin Sever und ich zeige dir, wie man angreifen könnte. Das ist mein Gegner. Er hat bereits eine Kampfposition eingenommen. Ich gehe nicht zu nahe hin, denn das wäre die direkte Verbindung für ihn. So einfach für ihn. Aber ich kann das runterziehen. Dann habe ich einen geraden Weg, wo ich mit der Phoenix Fist so rein kann. Hier, Richtung Auge. Wir müssen beim Üben miteinander etwas aufpassen. Aber das ist die Idee. Ich bin hier. Eins, zwei. Würdest du mehr coole Angriffsarten lernen über unser System? Du weisst wo. Ich hoffe es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link für das E-Kung-Fu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren. Und natürlich die Glocke nicht vergessen. zur鬼 Hellen. Bleue Louise. Wir müssen uns voluntary verbinden hoffe,